willkommen zu titan wird schon jetzt auf dem server ich habe anscheinend ein anfangs lag gehabt wenn ja sorry aber okay alles klar alles klar so cute wo bist du gut bis hier unten wo lang ich glaube ja in die richtung wir haben gerade gesehen schreiben dass da jemand drauf ist und wir wollen aber direkt hinterher wir waren jetzt ungefähr fast eine stunde live man hätte wissen können wo wir sind also es könnte sein dass uns jetzt noch jemand hinterher genau weiß kann halt auch noch sein aber ich weiß nicht alles da wollen wir die eiskalt so fragen ob wir kämpfen frag mal bock zu kämpfen wo geht es lang ich lauf dir einfach hinterher also in diese richtung einfach straight in die richtung ja also hier so nee du was wie nee du ich habe geschrieben bock zu fighten also ja 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 alter ihr müsst wissen ich habe eben gerade noch mit veni heinz z1 gestreamt und dann auf einmal habe ich so gemerkt so lol warte mal ich habe meine folge noch gar nicht gemacht und was sie schreibt mir so 11 wollen wir eigentlich aufnehmen und ich so oh wait scheiße muss ich erst mal alles machen natürlich der totale overkill für mich einfach weil ich habe gesagt ja h1z1 lohnt sich ja h1z1 ist voll geil also muss ich mir mal wieder gönnen also ich habe das auch aber habe es ewigkeiten nicht mehr gezockt also ist halt mega geil manchmal hast du da so komische sachen auch rumliegen sowas wie eine kokospalmen oder einen schokoladenriegel oder medwurst ja aber der ist nicht der ist nicht an ich weiß jetzt sind wir schon ein paar mal vorbeigelaufen letzte folge nein ich glaube wir müssen mehr hier lang da waren wir das letzte mal zum farben wir müssen ja aber wir müssen noch diagonal also wenn der border ist aber der border war diagonal in diese richtung hier also im prinzip müssen wir dann also wir vertrauen jetzt mal dem cube ja da eine geometrische form ist nämlich die eines würfels vertraue ich ihm einfach mal aber ich glaube ich habe ihn verloren hast du könnte gut sein ich gehe jetzt hier gerade so einen berg hoch ja bleibt bestehen ich sehe dich ich kann ja 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 ich bin auch nach einem baum ja ja genau ja so sehr schön ja ich würde aber nicht weiter in die richtung doch ich glaube wir müssen ja okay dann gehen wir also so ein bisschen ich wollte ich wollte nur gucken warum ich hätte irgend hier liegen items hier liegen items guck mal ja hier liegen überall items ja voll viel holz auch übel viel holz hat sich jemand wahrscheinlich ausgelockt warte da sind die chords merken merken die chords ja die habe ich okay gut wer könnte das gewesen sein wer ist so blöd sorry ne äpfel gefarmt äpfel gefarmt ja ja nichts mit blöd ja aber es kann so wenn leute sagen in ihren folgen auch wir müssen noch äpfel fahren dann aber geradeaus na ja ja hier ist das bonn aber das sind die 100 pro nicht können die sein nene ist vielleicht in neben der sind die ist bestimmt auch nicht in welcher folge bei der folge 14 das sind die unter der erde ja ja okay dann das kann ich gar nicht zum spawn laufen oder hey was hast du für einen kopf was was habe ich hast du einen anderen skin oder so ach so ja ich habe meinen halloween skin ich bin ein werwolf cube ist ja nur die frage wo ist dein liegen stuhl was dein liegen stuhl ja dein liegen stuhl Warum einen Liegestuhl? Kennst du nicht? So ein... Aber wir dürfen nicht so viel sprinten Jumpen Wo könnten die denn sein, Mensch? Ja, unter der Erde würde ich mal vermuten Ja Aber die können sich Oh, die sollen sich melden Ich will die haben, Cube Ich will sie Und sie fressen Oh, 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 nice Ein Spinnenauge bekommen Ach, nice, dann können wir Komm, gib mir noch eins, bitte Nein, natürlich nicht Aber trotzdem können wir uns darum kümmern Wenn wir hier schon oben sind Sind hier noch mehr Spinnen irgendwo Ja, guck du mal, ob hier noch mehr Spinnen sind Was, dir fehlt noch ein Spinnenauge? Ja Hast du alle Rucksäcke schon durchgeguckt? Ja, da ist keins Okay, schade Bist du bei mir in der Nähe? Ja, ja Hinter dir Okay Weil ich lauf hier ein bisschen... Da ist noch eine Spinne Nice, bitte lass dir was droppen Ja, Spinnenauge Okay, ich geh hier... Lass mal hier hoch die Bäume Fällt Uma noch die Bäume? Bitte für... Mann, ich dropp dir erst eine Spinnenauge Ja, genau Und dann fangen wir die Bäume für Äpfel So, hier bitte Dann fangen wir die Bäume für Äpfel Ja, ich muss mir ganz kurz eine Workbench machen Mach dir eine Eisenpick oder so? Mach dir eine Eisenpick oder so? Ich hab kein Eisen mehr Okay, warte Kriegst von mir was? Hier, eins, zwei, drei Liegt unterhalb des Baumes, sorry Ja Kein Ding Okay, perfekt So, ähm Zack Du hast mir nur zwei hergeworfen Darf mir noch mal eins runter? Echt? Oh Okay, gut Dankeschön So, 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 so Gucken wir mal Ähm Hey, wo ist das Eisen jetzt oder? Nein So Aber da war noch eine Flasche Brauchen wir eh nachher Dann Können wir mal da rein Hier ist er Brauchstamm Und Ähm, ähm, das brauche ich So, warum brauchen wir noch so viele Äpfel? Das brauche ich Wir können einfach Goldäpfel machen Ich hab dir das noch erklärt Diese Methode mit dem Okay, okay Den können wir einfach fressen ohne Ende Genau Alles klar Was können wir jetzt auf mein Schwert machen? Päusen Du, du hast Blindness, ich hab äh Du hast... Hast du Blind... Du hast Blindness? Ich hab Blindness Geil Du hättest dann halt Päusen drauf Das ist, das ist auch mega gut Ja Ja Ich muss wieder das TP wechseln Ansonsten Macht er das nicht, wie ich das will So, okay Da ist ein Apfel Jaja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Ja So, ich wollte noch gucken, ob... So Ich glaube, ich hab gerade den Baum gefällt, auf dem du drauf bist Naja, deswegen hab ich mir echt schon eine Plattform gebraucht, weil ich wusste, dass du so bist Dass du eh verraten wirst Ne, das war, um ehrlich zu sein, einfach Absicht Ah, ist klar, okay Zu gucken, was passiert Ja, moin So Versuch mal ein bisschen zu gucken, dass wenn jemand kommt, dass du wenigstens abholen kannst oder so Wer soll denn kommen? Ja, die Die kommen doch niemals Ja, weiß halt nicht, nur wenn die schreiben, dass die nicht kommen, heißt das ja nicht, dass die wirklich nicht kommen So Ich glaub dem schon Ich bin so gutmütig, ich glaub meinen Gegnern Ja, eben Ich wollte grad sagen So, okay, da haben wir... Ja, da brauchen wir nichts Dann auch wieder weg Hab ich in dem noch Ah, hier Perfekt Muss ich doch Ich hab noch was Okay, so dann machen wir mal... Hä, wo sind wir hin? Da, no attack Die anderen sind Lol, hier rennt ein pinkes Schaf rum Kannst du... Kannst du noch Was? Ähm, haben wir noch Glas oder so? Nee Aber da hinten ist noch ein Apfel Haben wir gar kein Glas mehr? Hier ist Sand Hab ich noch, hab ich noch Ne, schon gut Ähm, ich werf dir jetzt mal Glas runter, kannst du die mit Wasser füllen? Ja, natürlich Und dann mach ich's dann safe in Ja Hier Sehr schön So, dann das Dann das Ach so, ah vielleicht Paula Oder? Ah, ich hätte... Na, die Federn brauch ich nicht Ich hab genug Pfeile Ähm Warte mal Weg mit Weg mit Weg mit Weg mit Weg mit Wobei Ähm, warte mal So, ich mach's in safe inf Ja Ich hab grad kurz das Essen raus Nimm immer eins raus Was? Ach so, äh Hä, was? In safe inf Ja Gibt's mir wirklich alle einzeln rein? Ja Krassertyp, man Ja So, waren alle sechs, oder? Ja, waren's Danke Gut, ist ja schön Ähm Gut, pass auf Dann, äh Mach ich jetzt noch fix Ach Ähm Ich mach noch die Goldäpfel Mach das Ähm Ja, wo sind meine Steaks jetzt hin? So Steaks Wo seid ihr? Zack Why seid ihr weg? So, pass auf ich leg dir noch zwei Goldäpfel rein In safe inf Ja, okay So, sehr schön Danke Oh, da ist noch ein Goldäpfel Oh, da ist noch ein Goldäpfel Äh, also noch ein Apfel Puh So Dann wieder das und Oh, lol Arbeiten wir noch Nice Ups Ich hab mir schon mal drei Ich hab mir schon mal drei Ich hab mir schon mal drei Ja, okay, wir haben dann wenigstens dein Schwert geschafft Ja Aber wir können ja jetzt eigentlich immer live sein, oder? Ja, ja, also ich würd jetzt auch keine zweite mehr aufnehmen Sondern ich würd jetzt einfach Entweder warten bis noch einer joint Und dann dem hinterher Oder halt wirklich jeden Tag live gehen Mit einer Folge Ich mein, wir waren eben eine Stunde live Und die Leute hat's halt irgendwie ganz Ja Irgendwie schon Hast du deine Folge jetzt eigentlich ungeschnitten hochgeladen? Hör, warum? Äh, wegen den schwarzen Rändern? Ja, und wegen den Chords auch, weil wir ja Chords gesagt hatten Ja, ja, die hab ich ja gesagt, dass ich die nicht sensiere, weil's ja egal ist Und die schwarzen Ränder weiß ich nicht, woher die gekommen sind Die waren da und ich konnte sie nicht beheben Und bei Das war die Folge zwischendrin Weisch? Die erste Folge Wir haben ja drei Folgen aufgenommen Die erste war gut Die zweite hatte schwarze Ränder Die dritte war auch gut Ja, das lag bestimmt Hattest du da die Mitte des Schaftes eigentlich rausgenommen oder nicht? Die Mitte des was? Schaftes Was? Komm Schaft, die Mitte da Was für ein Schaft? Ja, für die schwarzen Ränder Du kannst auch dann sagen, umblende oder wie das heißt Und dann stretcht sich das Material, was aufgenommen wurde Bekommst du sie? Ja Okay, nice Eins hab ich eingesammelt Zwei hab ich eingesammelt Zwei hab ich eingesammelt Das ist echt geil Okay, pass auf, was ich mir überlegt hab Wie viele Strings hast du? Äh, gar keine mehr Okay, ich mach mir jetzt noch einen zweiten Ich hab ein Ich hab noch einen Bogen, der angehauen ist Und einen Weißt du, dass ich es noch auf Power 3 vielleicht gehe oder so Ja, du kannst es probieren, wenn du willst Aber, also du musst jetzt nicht Mach mal, äh, oh Die joinen direkt wieder Sollen wir die irgendwie suchen oder so? Ich weiß nicht Wo seid ihr? Man Ich hab noch Strings, acht Stück, acht Stück Acht Stück, ja Lass mich noch einen Bogen machen Und stell mal Verzauberungstisch auf, bitte Äh, musst du selbst holen Okay So Ah, warte Wäre nice, wenn das klappen würde Einen besseren Bogen So Zack, zack Nein, wir müssen Achtung, Knopf! Was? Knopf, Achtung Unbreaking Power, Power Power So, äh, jetzt Braucht ihr einen Amboss Achso, der ist auch da drin Ist auch da drin, ja Stimmt So, so Power 1 Power 1 Power 2 Power 2 Ah, ich brauch fünf Level dafür Wieviel Level hast du? Äh, sieben Jahre Ich mach Weg zur Seite Ist das Zeug drin? Kannst du es sehen? Nein Ah ne, es geht nicht Ich dachte das geht, weißt du es So, so Ah, dumm, ey Oh Was ist wieder eingesammelt? Ja, ja, ich warte So, okay Power 3 Punkt, danke Sie Hey, sie Dafür, dafür Im Lightstream Würde ich ja jetzt sagen Ein Pizzaherz bitte in den Chat Dafür Ja, also Leute Alle ein Herz in die Kommentare Aber eben Auf geht's So Ähm, okay, wir werden gleich gepikst Sollen wir von hier Nur ich würde eiskalt hierbleiben Eiskalt hierbleiben? Okay Ja, oder ne, warte, warte, warte Ja, doch, doch Lass wirbleiben Oder? Nein, warte, lass so ein paar Blöcke daneben stellen Ja, ja Einfach hier auf den Baum geben So richtig random Oh man, ich feier dieses Poison Sword Ja Ich finde das schon sehr geil Das ist eigentlich echt geil Baby Tschüss ihr Klein Tschüss ihr Klein Alles klar, Digga Okay Gut Na gut Das war's auf jeden Fall mit unseren zwei Folgen Wir hoffen auf jeden Fall Es hat euch gefallen Wir machen die Abmode einfach mal schon in der Folge Dann würden wir uns beide natürlich sehr über eine Bewertung freuen Das wäre geil wenn es euch gefallen hat Oh Oh ja Okay Dann bis dann Macht's gut Bis morgen Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.